Hallo zusammen, nur ne kleine Info. Ja, ich hab keine Videos mehr. Habt ihr wahrscheinlich schon in den letzten Tagen gemerkt, dass die Aufnahmen, beziehungsweise die Videos, die kamen immer relativ live waren. Ja, liegt einfach daran, dass ich auch, äh, ja, momentan immer sehr kurzfristig aufnehme. Also wenn man Puffer zu neige ist, meistens am gleichen Tag, vielleicht sogar noch ein paar Tage später, ähm, mach ich dann ne schöne Session. Weil was anderes bleibt momentan leider einfach nicht übrig, weil ich bin momentan sehr viel Arbeit, ähm, beziehungsweise hab dann natürlich auch andere Sachen zu tun und ich sag mal, in der Regel hab ich jetzt so abends immer nochmal ein bis zwei Stunden Zeit vorm Pennen gehen, äh, also in der ich dann halt noch Sachen machen kann. Und über die Zeit fällt dann halt noch Essen, Sport, Haushalt, ne, und da ist das Let's Playen, äh, einfach, in Anführungsstrichen, das unwichtigste von den ganzen Sachen natürlich, weil ich will dann lieber eine sauberere Wohnung haben oder Sport gemacht haben, bevor ich dann, ich sag mal, meinen kompletten Feierabend, in Anführungsstrichen, äh, in der Aufnahme investiere, weil ich find das auch doof, ich will halt wirklich Zeit mitnehmen, ich will schon ein bis zwei Stunden Zeit haben und mich da auch nicht stressen müssen und ich denk, oh, du bist grad an so einer geilen Stelle und musst gleich Pennen gehen, dann sowas find ich kacke. Also, Aufnehmen ist für mich immer absolutes Entspannen und zum Entspannen brauchen wir halt Zeit, ne. Macht euch aber keine Sorgen, ich hör nicht auf, äh, das wird auch jetzt keine wochenlange Situation sein, ich denk mal, da wird es vielleicht ein paar Tage sein, wie gesagt, heute an dem Tag, ne, wo ihr das Video seht, werd ich wahrscheinlich noch eine Aufnahme machen, ich weiß jetzt nicht genau, wann ich jetzt nach Hause komm, also, oder ob ich vielleicht sogar schon zu Hause bin, wenn ihr das Video seht, ja, okay, höchstwahrscheinlich nicht, aber ich sag mal, ich werd Zeit für eine Aufnahme finden, äh, das heißt, am Wochenende könnt ihr eventuell ein bisschen was kommen, ob das jetzt wirklich für das komplette Wochenende reicht, mag ich jetzt noch nicht zu beurteilen, äh, aber am Sonntag werd ich die nächste Aufnahme machen, das heißt, zu Beginn der nächsten Woche ist zumindest was zu erwarten. Jo, das heißt eigentlich, bis kommenden Montag, Dienstag, äh, solltet ihr eigentlich theoretisch einigermaßen versorgt sein, äh, wie es danach ist, weiß ich, muss ich mal gucken, was in der nächsten Woche so arbeitstechnisch anfällt, aber, da kriegen wir schon irgendwie hin, da bin ich mir sicher. Jo. Gut, ansonsten, schönes Wochenende wünsch ich euch noch, ähm, und, ja, genau, das Wochenende kann ich jetzt vielleicht noch mal kurz erwähnen, hab ich natürlich jetzt nicht wirklich Zeit zum Aufnehmen, also jetzt an den freien Tagen tatsächlich, oder an den freien Abenden, weil ich verbringe halt die meisten, die meisten Zeit an den Wochenenden mit Julia und, äh, da möchte ich nicht aufnehmen, ne, ne, da, da hab ich Besseres zu tun, ja, ja, ne, gut, also, ne, haut rein, schönes Wochenende und, äh, ja, bis die Tage mal, ne? Tschüss, tschüss.